Und noch mal der Hinweis an den oder die Fahrerin des dunkelblauen Jeeps SE KS 8080, bitte sofort das Auto zur Seite fahrt, Dankeschön. Schauen wir ins Hindernis Nr. 3, meine Damen und Herren, Gefe Wintergarten, hier direkt am Sprecherturm, da geht es weiter, da kommt Frankreich. Zunächst haben wir, Rainer, kurz auch mal dazwischen, einen weiteren neuer Parkplatz zu vergeben, und zwar für den Ford Transit mit dem Kennzeichen Vechta ZY52, bitte dringend das Fahrzeug umparken. Und wir haben ein neues Gesamtergebnis für, wir erinnern uns, sie war schnell unterwegs, Marissa Schreiling aus.